hey hallo ich bin wieder in unserem bus und zeige euch heute wie man den tisch diesen rausdreh westfalia tisch um welten verbessert die karina meine frau hat diesen heck irgendwo gefunden wir haben ihn eingebaut kurz vor unserem letzten urlaub und es ist unglaublich jetzt hat es gewackelt das heißt ich muss noch mal neu machen und bei der gelegenheit zeige ich euch der tisch wird höhen verstellbar und feststellbar verschiedenen höhen das heißt man kann im stehen schnippeln in der küche man hat sozusagen wenn man schläft zwei regalfächer das zeige ich euch alles wenn so weit ist material und schuldig material ist einmal eine kleine schraube und eine scheibe für den boden eine langere schraube und eine kleine scheibe für den stab kleines brettchen auch für den boden und das kernstück ein rundholz mit das ist nicht ganz unwichtig ich meine 3,8 mm zentimeter 2,8 das ist nämlich der innendurchmesser von dem tischbein das ganze funktioniert nachher so dass das hier drin ist und einfach teleskop artig das tischbein verlängert so simpel ist es jetzt zeige ich euch wie es zusammengebaut wird und dann zeige ich euch nachher wie die vielen möglichkeiten sind was man damit alles machen kann so 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 wie sie zu dir gekommen sein kann ja das ist eine gute frage so 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 Das war's. Das war's. Das war's. Ich hoffe, dass ihr Spaß habt mit diesem neuen Westfalia-Tisch. Er bietet tausende von Möglichkeiten und er nervt an x Stellen weniger wie der alte. Ja, dann viel Spaß mit eurem Bus. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.